Stefan Wolzer, bitte! So, Stefan, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft, zum Aufstieg in die Kreisklasse, deine Gefühlswelt, bitte hier in 3, 4, 7 setzen, wir haben bis morgen früh Zeit, bitteschön. Erstmal Kreisliga! Ja, ich denke, wir haben eine überragende Runde gespielt, haben 3 Wochen lang eine kleine Schwächephase gehabt, auch die Sieterschwächephase, sind wir sehr stark wieder rausgekommen und heute ab heute Feuer frei, leider geil und jetzt habe ich euch ja versprochen, 6 Wochen lang nur Feuer rein. ! So, ihr wisst, was dann kommt.